Hallo, Entschuldigung, das ist ein letztes Video so lange her, aber in den letzten Wochen ist viel passiert. Ich musste viel erstmal runterkommen, über vieles nachdenken und deswegen hat das ein bisschen lange gedauert. Außerdem ist ja Therapie nicht in einer Woche geschafft, deswegen dauert das alles ein bisschen. Auf jeden Fall mache ich es jetzt. Ja, ich fange erstmal an. Mein letztes Video ging ja darüber, dass ich kurz vor der OP stand, wo die Gebärmutter mir hätte entnehmen werden sollen und ich fange einfach da mal an zu erzählen. Ich war in Hamburg bei meinem Arzt, hatte dann den OP-Termin und ja, dann bin ich halt in den OP reingekommen, ganz normal, hab geschlafen und der Arzt hat mich operiert. Ich hatte aber vorher, ich hatte hier an der Seite so Schmerzen und ich wollte wissen warum und dann hat die Ärzte vorher auch bei einer Untersuchung beim Ultraschall festgestellt, dass ich eine fette Zyste an den Eierstücken habe. Meine Eierstücke sitzen ja nicht mehr da, wo sie vorher, wo sie normal sitzen, sondern oben an den Nieren und das tat mir halt unheimlich weh. Und ja, dann hatte ich halt bei der OP, hatte direkt diese Zyste punktiert, dass das nicht mehr so schlimm ist und hatte halt so noch ein bisschen geguckt und dann ist ihm aufgefallen, dass ich in meinem Bauchfell oder also unterhalb des Darms eine Metastase hatte. Also er hat so mehrere Punkte irgendwie gesehen und einmal eine Fibrose. Eine Fibrose ist so die Bildung einfach, also Narbengewebe. Man sieht aber nur wohl, was es ist, wenn man halt unter dem Mikroskop guckt, was es ist. Ja, und er hat halt so zwei auffällige Stellen rausgenommen. Das eine war halt die Metastase und das andere diese Fibrose, also dieses Narbengewebe. Weil das im PET-CT wohl auch alles ein bisschen auffälliger war und das wollte er sich einfach anschauen. So, und als er dann diese Metastase gefunden hat, hat er alles wieder zugemacht und meine Gebärmutter drin gelassen, weil ab da klar war, ich bin mit den Chemotherapien noch nicht durch. Ja, also meine Gebärmutter ist noch drin. Dann hat mein Arzt mir da gesagt, ich muss mich jetzt auf weitere Chemotherapien einstellen und er sagte eigentlich, das werden so 18 bis 21 Wochen sein. Das ist eine Chemotherapie, die nur alle drei Wochen verabreicht wird. Da habe ich gesagt, gut, ich würde gerne den ersten Teil unten in Koblenz machen, damit ich erstmal zu Hause bin, um zu gucken, wie ich das zu vertrage. Und im zweiten Teil im November, äh, im November, im zweiten Teil dann Hamburg. Kann man ja, man muss ja nicht für die Chemo im gleichen Ort bleiben. Das war so meine hohe Sprungsidee. Ja, dann bin ich hier nach Koblenz gekommen, habe alles an Arztbriefen, also die hat mich vorher angerufen, hier in Koblenz im Bundesverkranking auch. Ich habe alles an Arztbriefen so mitgenommen, was ich so hatte. Die hat auch vorher die Sachen noch von Hamburg bekommen und sowas. Und, ähm, ich hatte dann den Termin da, mein Partner hat mich hingefahren. Und ich habe, weil es halt alles ewig gedauert hat, ähm, ich sollte halt zur stationären Aufnahme dahin, weil die noch einige Untersuchungen auch machen wollten. Deswegen hat mein Partner mich hingefahren und dann habe ich halt nach einer Stunde gesagt, Kleine, du kannst jetzt nach Hause fahren, weil das halt alles lange gedauert hatte. Und dann, ähm, ist er gerade los und dann kamen die Ärzte rein und sagten, ja, wir besprechen das jetzt mit ihrer palliativen Chemotherapie, das ist ja eine lebensverlängernde Chemo. Und ich dachte, wie lebensverlängert? Ich dachte, ja, sie wissen ja, dass es ein Bauchfell sitzt und ich heilbar bin. Und ich war baff, ich fing an zu weinen, das war einfach, ich kann das nicht erklären, wirklich nicht. Ich habe auf jeden Fall meinen Freund direkt angerufen, der soll bitte sofort umdrehen, er soll einfach kommen. Ich habe ihm gar nicht geschrieben, warum, er soll einfach kommen. Die Ärztin hat mich dann auch, nachdem sie mir halt so ein bisschen erklärt hat, was sie jetzt, was sie, warum sie diese Aussage mir sagt, dass ich eigentlich unheilbar krank bin. Aber ich wollte einfach alleine sein, beziehungsweise nicht mit der Ärztin da sein, weil ich einfach losheulen wollte. Und ja, die Ärztin hat mir halt gesagt, dass aus diesen Berichten, aus den OP-Berichten und alles halt hervorgeht, dass ich Metastasen im Bauchfell habe, Bauchfellkrebs zählt als nicht heilbar. Und dass es deswegen ein lebensverlängernde Chemo ist. Und ich kann das wirklich nicht erklären. Und ich kenne, also jeder macht sich mal Gedanken, wie ist das okay, wenn du hörst, bist du krank und stirbst in zwei Jahren oder was. Aber wenn man das dann hört, ist das was ganz anderes, wirklich. Und ja, auf jeden Fall habe ich jetzt im Moment den Stand, dass ich unheilbar krank bin. Der Arzt, ich habe nochmal Rücksprache da mit dem Arzt in Hamburg gehalten, warum er mir das nicht gesagt hat. Und er sagte, also sie geht halt auch von dieser Aussage aus, weil im PET-CT sieht man halt auch so auffällige Stellen. Aber es kann auch sein, dass das alles Fibrosen sind. Also einfach Narbengewebe. Das kann man aus dem PET-CT nicht ganz genau sehen. Und deswegen gehen die halt erst lieber von dem Schlimmeren aus, dass ich überall im Bauchfell so ein bisschen Flecken habe. Ja, mein Arzt in Hamburg geht da halt nicht von aus, weil das kann man auch nur sehen, wenn man da wirklich reingeguckt hat. Und das hat halt nun mal der Operateur in Hamburg. Mein Partner ist auch sehr optimistisch noch und sagt, ja, ne, wird schon alles. Ich bin auch optimistisch, das wird schon alles irgendwie. Aber ich rechne halt jetzt trotzdem mit dem Schlimmsten irgendwie, weil jedes Mal, wenn irgendwie kam, okay, jetzt machen wir das und dann ist gut, kam halt nochmal was ganz anderes. Und ich muss sagen, vor zwei Wochen hatte ich so das extremste Tief, wo ich halt einfach sagte, was bringt das überhaupt noch? Und ich sterbe ja eh bald und all sowas. Und das ist wirklich, ich weiß nicht, also ich hatte nichts, wo ich sage, okay, deswegen habe ich jetzt Bock weiter zu kämpfen. Aber ja, aus dem Tief komme ich so langsam wieder raus. Es ist halt schwierig. Ich habe jetzt vor einer Woche das Lied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von Mark Forster, einmal. Oder wo halt einfach jeder Moment, also wo jeder Moment erlebt man halt nur einmal. Und dieses Lied hat mir irgendwie so ein bisschen geholfen, wirklich festzustellen, dass es auch super Sachen am Leben gibt. Und dass es halt irgendwie doch lohnt, sich weiter, ja, weiter gegen diese verkackte Krankheit anzukämpfen. Und ja, das ist aber halt alles für mich nicht so einfach. Ich habe jetzt auch, beziehungsweise suche jetzt gerade im Moment noch einen Therapeuten mit meinem Partner zusammen, um halt einfach da therapeutische Hilfe. Weil langsam bin ich und mein Partner einfach an einer emotionalen Grenze, wo wir einfach sagen, geht nicht mehr. Weil, ja, ich kann das schlecht beschreiben, aber es ist einfach jedes Mal richtig ein Schlag ins Gesicht. So, ich sehe das schon alles optimistisch. Und dann kommt die nächste blöde Nachricht und, ja, ich denke mir einfach super an, wollte ich mich eigentlich verarschen. Und ja, auf jeden Fall haben wir jetzt therapeutische Hilfe und fangen da jetzt hoffentlich auch super halt mit an. Aber Therapeuten sind halt recht ausgebucht. Aber, ja, weil man muss sich auch immer eingestehen, dass man alleine das einfach nicht mehr schafft. Und das habe ich. Jetzt weiß ich, dass ich da alleine einfach aus diesem Tief auch irgendwie ganz nicht so rauskomme. Ja, mein Partner hilft mir immer unglaublich viel und sagt, komm, mach jetzt. Ja, das ist schon mal super. Aber es ist einfach beschissen. Also, ja, ich habe auf jeden Fall jetzt letzte Woche meine erste Chemo wieder gehabt. Kriege jetzt alle drei Wochen eine. Drei Stück erst mal. Ich werde auch meine Haare verlieren. Das ist auch das letzte Video mit meinen schönen langen Haaren. Ich habe nämlich am Dienstag jetzt einen Termin beim Friseur, um erst mal meine Haare kurz zu schneiden. Weil ich war am Freitag bei einem Friseur, der sich halt auf zwei Tage spezialisiert hat. Wenn jemand hier in der Nähe Rheinland-Pfalz irgendwie Richtung alles Richtung Koblenz kommt und da auch mal so Sachen hat, können wir gerne schreiben und sage ich, bei wem ich das mache. Ja, das ist auf jeden Fall ein super Friseur. Der ist wirklich top. Und der hat nämlich auch, sagte auch, es ist sinniger, mich an eine Kurzhaarfrisur zu gewöhnen. Erst mal mit meinen eigenen Haaren, bevor ich alle verliere und mich dann an so eine Perücke gewöhnen muss. Und ja, das ist einfach nicht meine Haare. Deswegen werde ich mir am Dienstag meine Haare kurz schneiden lassen. Das macht auch das Ausfallen dann einfach. Aber im Moment habe ich noch alle. Ich habe noch keine Löcher oder irgendwie was. Aber ich werde sie definitiv verlieren. Wenn ich sie nicht verliere, dann rasse ich aus. Weil dafür habe ich mir meine Haare kurz geschnitten. Ja, ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Ich hoffe, ich bin nicht so tragisch, aber das wird schon. Ja, so viel dazu. Das ist so der aktuelle Stand. Ich kriege jetzt nicht nur Cisplatin, was ich vorher auch hatte, sondern kriege noch zwei Einmaler. Deswegen auch der Haarverlust diesmal. Ich muss erst mal drei Stück, wie gesagt, machen, wenn ich mich das Ende der Semmer damit beschäftigt. Und dann heißt es nochmal PET-CT, um zu gucken, ob diese Flecken da irgendwie besser geworden sind. Wenn nicht, dann heißt es nochmal Chemodurchgang. Also ich habe keine Ahnung, wie lange ich noch mit den blöden Chemos beschäftigt sein werde. Wenn ich Pech habe und so wie meine Ärztin hier in Koblenz es sagt, wird es halt so sein, dass ich den Rest meines Lebens vielleicht Chemos machen muss. Weil wenn es nach denen geht, ist das mein Leben nicht mehr ganz so lange. Finde ich nicht so toll, aber gut. Ja, ich heirate dafür jetzt sehr bald. Da kümmere ich mich auch gerade drum, um einen Termin beim Standesamt zu kriegen. Und will auch ganz, also eigentlich nur ich und meinen Partner und dann der Rest ist egal. Ja, um halt auch da einfach ärztlich gesehen alles besser zu haben. Weil, also medizinisch gesehen, weil ein Freund hat halt einfach keine Auskunft. Also kein Recht über Auskünfte oder sonst irgendwas. So ein Lebenspartner, beziehungsweise ein Ehemann halt eher als ein Freund. Deswegen ist das ganz gut. Ja, so viel dazu. Ist auf jeden Fall alles nicht so super. Ich lasse den Kopf trotzdem nicht hängen. Mein Freund ist auch darauf erschlägt mich, wenn ich den Kopf hängen lasse. Und das wird schon. Und ja, ich stelle halt auch wieder fest, man muss da wirklich dranbleiben. Und wirklich, auch wenn das tief kommt, wo man sich denkt, wofür mache ich das eigentlich? Und für wen mache ich das eigentlich? Und warum kriegen andere was hin, aber ich nicht? Da einfach irgendwann kommt man aus diesem Tief raus und auch, beziehungsweise auch mal sich eingestehen, ich kann nicht mehr. Und sich Hilfe suchen. Weil man kann nicht alles alleine schaffen, egal wie stark man ist oder wie man sich einredet, wie stark man ist. Es gibt Dinge, da kann man einfach alleine nicht mit klarkommen. Und deswegen rate ich jedem, der da irgendwie solche Probleme hat, geht zum Arzt, lasst euch Psychotherapie oder sowas beschreiben. Und probiert das einfach mal aus, ob das ein Weg für euch ist, vielleicht dann auch damit umzugehen. Man muss nicht alles in sich reinfressen, sondern ja, steht einfach dazu. Und dann sucht euch Hilfe, wenn ihr das braucht. Ich kann es nur empfehlen. Ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Mal gucken, wann ich das nächste mache. Ich mache auf jeden Fall, also Postereien, wie ich aussehe mit, ohne Haare. Ich werde trotzdem weinen. Ohne Haare und meine Perücke dann auch. Vielleicht glaube ich, nächstes Video dann zu machen. Und dann natürlich, das nächste dauert noch einige Wochen oder Monate, wenn ich nicht sogar. Weil das jetzt mit der Therapie sich halt alles hinzieht. Ich kriege dich hier, muss nur alle drei Wochen. Ja, die erste habe ich aber relativ gut vertragen, muss ich sagen. Ich hatte jetzt die letzte Woche so ein bisschen einen Preislauf einfach. Mir war nicht schlecht oder so. Ich habe mich einfach schlapp gefühlt. Ich habe immer auf diesen Schub gewartet irgendwie, aber das blieb aus, kam nicht. Also ich bin optimistisch, dass ich den nächsten auch gut vertrage. Ich bin auch erst mal bis Ende des Jahres wieder krankgeschrieben. Mein Partner ist auch jetzt bis Ende November erst mal krankgeschrieben, um halt auch erst mal alles zu verarbeiten, also nicht zu verarbeiten, aber einfach mal runterzukommen und nicht mehr den Dauerstress zu haben. Und dann machen wir uns eine schöne, schöne Woche erst mal. Ja. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche, Wochenende, was auch immer, wann ihr das auch immer gerade kommt. Und wenn ihr Fragen habt oder so, könnt ihr immer noch fragen. Ich bin da wie gesagt offen und ja.